willkommen die neue nachfahren luna ist gefarmt ist gerade in der produktion deswegen möchte ich einmal mit euch durchgehen woher bekommen wir die einzelnen teile was müssen wir dafür machen wie sind die drop chancen damit ihr auch entsprechend eurem fortschritt luna fahren könnt und wie immer beginnen wir einmal mit den blauen materialien wenn ihr schon wisst wie das funktioniert es gibt einfach weiter blaue materialien funktionieren immer gleich egal was ich mir jetzt hier aussuchen der weg wie wir sie fahren ist immer identisch wir gehen erstmal auf info zum erhalt und wir sehen in der festung normal oder schwer gibt es diese materialien ich suche mir einfach schwer aus welchen schwierigkeitsgrad ihr wählt ist vollkommen egal und wenn wir das gebiet erreicht haben aktivieren wir unseren scanner rechts haben wir so einen kleinen weißen diamanten da düsen wir jetzt hin denn hier gibt es genau das nachdem wir suchen einmal munitionsbehälter hier könnte das jetzt drin sein ja ist drin und auch die ressourcenkisten da schlägt der scanner jetzt nicht an wenn ihr sie seht haut ihr sie einfach um und nach diesen beiden sachen haltet ihr ausschau looted sie bis zu dem zeitpunkt wo ihr alles zusammen habt und dann geht ihr die blauen materialien wenn sie euch empfehlen sollten step by step durch bis ihr alles eingesammelt habt und damit können wir jetzt auch final starten wir haben hier den ersten block als erstes reiner energie überrest das ganze bekommen wir über ein tresor in dem fall sind dass die tresore in der festung ich werde euch unten wieder zwei interaktive maps verlinken denn je nachdem welche dieser maps man öffnet man teilweise unterschiedliche standpunkte angezeigt bekommt und dann solltet ihr im besten fall ein end so haben wenn ihr den nicht hat funktioniert das natürlich auch mit jedem anderen charm ihr springt dann durchs gebiet schaut wo könnte ein tresor sein gehört in welcher richtung ist einer blind auf diese maps sollte man sich nicht verlassen verfahren dann die entsprechenden spots ab bis ihr dann genügend überreste habt um hier dann auch eure luna zusammen basteln zu können das erste bauteil was wir haben ist bauplan verbesserte zelle wir haben hier wieder drei sports der sport mit der besten drop rate ist der erste und wenn wir jetzt hier reingehen haben wir es auf 0 17 abgesehen das ist das neue material 0 17 gibt es weiterhin wenn ihr es auf dem lager habt könnt ihr aber nicht mehr fahren dafür müssen wir einmal einen dungeon machen wenn wir jetzt hier ans dungeon terminal gehen normaler dungeon springen wir einmal nach vespas und haben hier die zuflucht da haben wir es das material drop zu 100 prozent wenn ihr genügend durchgänge gemacht habt wenn ihr genügend von diesen mustern habt geht ihr zum vollstrecker auf dem normalen schwierigkeitsgrad und habt dann hier die 38 prozentige chance an das entsprechende bauteil zu kommen eine weitere möglichkeit ist wenn wir jetzt hier an den schalter gehen denn schlucht der weißen nächte auch ein schöner farmsport haben wir die möglichkeit über diesen sondereinsatz das mustern 0 38 a zu erhalten auch hier haben wir wieder eine 38 prozentige chance bei welle 26 und 10 können wir jeweils eines dieser muster erhalten dieser einsatz dauert allerdings ein bisschen länger ist vielleicht auch ein bisschen schwieriger aber ihr habt ihr dann auch noch mal die möglichkeit an dieses muster zu kommen und wenn ihr genug dieser muster habt müsst ihr den pyromanen auf normal besiegen wenn ihr normal durch habt sollte er kein problem mehr sein allerdings haben immer wieder einige von euch probleme mit dem pyroman deswegen habe ich das aufgrund dieses einsatzes aufgrund des pyroman als zweites gelistet das beste und einfachste ist für mich weiterhin der dungeon und es gibt auch noch einen dritten spot wo wir an das bauteil kommen können allerdings haben wir dort nur eine 10 prozentige chance dafür gehen wir in den echo sumpf und hier links haben wir das sumpf land hier oben haben wir einen außenposten und bei diesem außenposten erhalten wir das muster allerdings wenn ich einmal komplett nach unten geht 0 81 a das ist das muster auf das wir es abgesehen haben wir müssen es also auf schwer machen ihr braucht unbedingt eine sharon und wenn ihr dann hier das entsprechende muster habt könnt ihr hier im sumpf land zu diesem fusionsreaktor laufen und hier dann quasi mit den entsprechenden splittern und ein wenig glück zu zehn prozent das muster in das bauteil umwandeln kommen wir zum zweiten bauteil und da brauchen wir hochwertige energie überreste auch hier müssen wir wieder einen tresor öffnen ich werde euch unten die interaktiven maps beifügen so dass ihr auch hier wieder schauen könnt wo könnten potenziell tresore stehen lauft hin schaut ob was da ist looted das macht das im besten fall mit enzo damit es ein bisschen einfacher ist wir haben hier den ersten charm wo wir zweimal reste aus einem tresor ziehen müssen also luna ist in vieler hinsicht sehr interessant und dann haben wir natürlich wieder einen bauplan hier haben wir nur ein einzigen spot wo wir muster fahren können die eine 32 prozentige chance zur umwandlung haben und dafür gehen wir wieder an den schalter für die dungeons müssen dieses mal auf schwer unterwegs sein dann haben wir im unfruchtbaren land das unbekannte labor hier haben wir es und das schöne ist hier sind das direkt die muster wir müssen nichts umstellen und wir sehen können 32 prozentige chance luna zu bekommen wenn wir genügend teile haben müssen wir die leichen braut auf schwer machen das ist der zweite boss im schweren schwierigkeitsgrad ist mittlerweile nicht mehr so das problem ich habe da gestern einiges gefarmt und wir sind nicht ein einziges mal gestorben also diesen dungeon könnt ihr auch ruhig öffentlich machen dann ist es eventuell auch leichter für euch wenn ihr genug muster habt geht ihr zur leichen braut auf schwer und könnt dann hoffentlich schnell in dieses muster in das bauteil umwandeln möglichkeit nummer zwei hat jetzt allerdings nur zehn prozent chance auf erfolg schlucht der weißenächte da müssen wir hin und hier haben wir den berggipfel da ist abgesehen haben wir es auf das muster 0 98 a außenposten 0 98 a erhalten wir wenn wir diesen außenposten abschließen wir müssen nicht mit chairman infiltrieren und wir haben auch nicht die chance auf ein doppel drop könnt ihr auch öffentlich machen diese spots werden gerade zum release von luna sehr häufig abgefarmt wenn ihr genug muster habt du sie dann hier unten zu diesem sport könnt das ganze hier umwandeln wenn ihr die entsprechenden splitter habt aber zehn prozent ist die chance für ein bauteil aus dem muster was wir jetzt hier quasi bekommen 98 aa und die dritte mission ist die einfachste hat allerdings nur sechs prozent chance auf erfolg also zu sechs prozent können wir das bauteil erhalten dafür diesen wir in den eco sumpf haben hier wieder das sumpf land und der außenposten an dem wir eben waren da müssen wir hin wir müssen das ganze auf normal machen und jetzt wo ich das ganze umgestellt habe sehen wir dass wir für den abschluss das entsprechende muster 0 20 a erhalten und wenn wir mit sharon infiltrieren bekommen wir das ganze noch mal also wir haben eine chance auf einen doppel drop allerdings haben wir hier nur sechs prozent auf erfolg im sumpf land haben wir auch entsprechend den fusionsreaktor wo wir das ganze umwandeln können also vom schwierigkeitsgrad das einfachste ohne sharon könnt ihr das auch machen aber sechs prozent sind ziemlich wenig und damit sind wir hier schon beim dritten bauteil und das spezielle biometall wird ein wenig schwierig sein zu erhalten denn infos zum halt früher habe ich das bei den außenposten gefahren habt ihr wahrscheinlich auch in einem anderen erhalt video gesehen hier haben wir spot nummer eins hagios düden basis hier haben wir spot nummer zwei hagios vorgeschobene basis also im endeffekt liegen die beiden gebiete direkt nebeneinander wir müssen nur den außenposten abschließen eine minute cooldown vor dem patch hat das wunderbar funktioniert wenn man auch hin und her geswitcht hat hat man da ordentlich was bekommen jetzt ist es so ihr bekommt pro durchgang nur zweimal das biometall das ist sehr wenig wenn ihr 25 minuten zeit investiert könnt ihr es über diese beiden außenposten farmen ihr könnt natürlich auch die anderen spots hier ausprobieren und schauen ob ihr da mehr glück habt bei den fusionsreaktoren werdet ihr auf jeden fall mehr aus einem durchgang ziehen können wir nehmen einfach mal hier oben den den habe ich auch selber durchgeführt wenn ihr diesen fusionsreaktor auslöst spawnen drei lite gegner auf normal sind die gar nicht so schwer wenn ihr sie umhaut bekommt ihr von jedem zwei bis vier biometall bei mir waren es eher zwei drei ein einziges mal hatte ich vier gehabt von einem aber hier ist die ausbeute am höchsten die entsprechenden leeren splitter bekommt ihr von diesem spot wenn ihr auf schwer schaltet das machen wir jetzt einmal müsst ihr das ding nur ein einziges mal machen und habt dann genügend materialien um das hier auf normal zu machen wenn ihr das zweimal macht könnt ihr das hier auf schwer machen bekommt dann noch mehr ausbeute aber macht es ruhig auf normal der unterschied war jetzt für mich nicht ganz so groß so kommt ihr dann auch am schnellsten und bequemsten ans biometall den reaktor für die splitter da braucht ihr zwei minuten in der reaktor wo ihr die umwandlung macht vielleicht auch noch mal eine minute am ende des tages ist es zeitlich nicht ganz so der große unterschied aber es ist meines erachtens nach ein bisschen bequemer angenehmer und auch ein anderes feeling wenn wir das ding einmal abschließen dass wir dann vielleicht sehen als lud bekommen und nicht zwei das ist sehr demotivierend und frustrierend und damit kommen wir hier auch schon zum letzten bauplan hier haben wir wieder drei möglichkeiten um an diesen bauplan heranzukommen allerdings sind das alles fusionsreaktoren zweimal 38 prozentige chance einmal 20 prozentige chance die 20 prozentige chance haben wir hier in der mitte die anderen beiden sind 38 prozent das erste was wir jetzt hier haben ist das material 015 aa das habe ich auch selber gefarmt bekommen wir auf den normalen schwierigkeitsgrad wenn wir diesen außenposten abschließen wenn ihr eine infiltration mit sharon durchführt habt ihr hier die chance auf einen doppel drop wenn ihr genügend eingesammelt habt dann düst ihr hier einmal zum fusionsreaktoren könnt das ganze hier umwandeln auch wenn die chance 38 prozent ist ich musste schon ziemlich häufig machen um hier dann das bauteil heraus zu bekommen die zweite option für 38 prozentige drop chance ist wir gehen in die festung haben hier die verteidigungs linie und den farm sport der sehr beliebt war für wall beam oder mit wall beam das ist der außenposten hier müssen wir auf normal stellen und auch hier bekommen wir wieder für den abschluss das entsprechende material wir bekommen oder haben die chance auf einen doppel drop wenn wir mit sharon eine infiltration machen und wenn ihr hier einiges eingesammelt habt düst ihr nach links der spot ist hier gleich um die ecke und könnte es dann hoffentlich auch hier direkt umwandeln der dritte spot ist eigentlich nicht zu empfehlen weil die anderen beiden auf normal sind und wir die möglichkeit auf einen doppel drop haben aber der vollständigkeit halber düsen wir einmal nach vespas und ganz unten haben wir den holzplatz wir müssen das ding leider auf schwer farmen wir haben es abgesehen auf 0 71 a das ganze droppt nur wenn wir eine infiltration mit sharon machen also wir haben erhöhten schwierigkeitsgrad wir haben eine infiltration mit sharon und wir haben nicht die möglichkeit ein doppel drop zu bekommen deswegen ist das ganze hier nicht zu empfehlen umwandeln könnt ihr das hier oben bei den ruinen hier haben wir den entsprechenden fusionsreaktor wo ihr die 71 a hoffentlich in ein bauteil umwandeln könnt gleich beim ersten mal und damit wenn wir auch schon beim letzten bei lunas code auch hier haben wir wieder drei möglichkeiten an den code heranzukommen option 1 hat eine 32 prozentige chance den code zu erhalten option 2 hat eine 3 prozentige chance den code zu erhalten nicht zu empfehlen und option nummer drei hat eine 10 prozentige chance den code zu erhalten gehen wir alles gemeinsam durch für die erste option ihr seht hier schon sumpfläufer schwer der sumpfläufer auf schwer ist eigentlich gar nicht so schwer wenn ihr schon einmal hier angekommen seid ich habe es gestern sehr sehr häufig gemacht weil die 32 prozent bei mir überhaupt nicht hingehauen haben wir haben den sumpfläufer nur dann nicht geschafft wenn die spieler ihn nicht überlebt haben wenn sie permanent gestorben sind dann haben wir nicht geschafft ich zeige euch gleich am ende auch noch mal meine module gibt euch da den ein oder andere tipp was machen könnte um diesen kampf erfolgreich abzuschließen doch zunächst müssen wir einmal ans terminal für die dungeons schalten auf schwer wir brauchen nämlich auch das muster agna wüste wollen wir hin und das exil genau darauf haben wir es abgesehen hier haben wir das muster 94a und sehen dort auch lunas code mit einer drop chance von 32 prozent ich habe das denn gestern sehr häufig gemacht beim sumpfläufer umgewandelt das ganze hat nach fünf sechs stunden nicht funktioniert dann habe ich diesen dann schon fünf sechs sieben mal durchgespielt um sehr sehr viele muster zu haben und dann nach dem zweiten durchgang ist es dann endlich gedroppt war aber sehr lange und sehr anspruchsvoll hat die halbe nacht gedauert macht das ganze hier auf öffentlich ihr habt sehr viele spieler die euch unterstützen werden sehr viele spieler mit denen ihr das ganze machen könnt also ans muster heranzukommen ist nicht das problem und wenn ihr genügend habt geht ihr zum sumpfläufer auf schwer haut ihn um und bekommt dann hoffentlich deutlich schneller den code als ich als nächstes haben wir die option nummer zwei für zehnprozentige drop chance dafür gehen wir in die agna wüste haben jetzt hier den spot das lager hier haben wir es und bei diesem außenposten haben wir die möglichkeit 090 a zu erhalten allerdings kein doppel drop möglich also rein springen umhauen auch hier sind aktuell noch sehr viele spieler wenn ihr genügend muster eingesammelt habt düst ihr hier einmal nach oben dieser fusion reaktor ist ein bisschen ungünstig denn hier in diesem gebiet haben wir hier oben einmal einen spot wo wir die organischen splitter bekommen aber für die leeren splitter können wir das hier machen und hier erhalten wir dann entsprechend polymer leeren splitter und in kombination mit diesen beiden sports bekommen wir dann hier die möglichkeit das ganze einzulösen hier spawnen ich glaube vier bosse waren das sehr sehr schöner sport um künstliches biometall zu fahren weil wir hier sehr sehr viel bekommen aber wir haben sie auf die muster abgesehen mit zehnprozentiger chance habt ihr denn die möglichkeit das muster was hier beim außenposten bekommt hier direkt umzuwandeln aber die leeren splitter und splitter zu fahren ist nicht ganz so angenehm für die dritte option düsen wir wieder einmal in die agna wüste und hier auch wieder zum selben spot das lager allerdings machen wir das ganze hier auf normal denn hier bekommen wir das muster 027 wir haben die möglichkeit einen doppeldrop zu bekommen wenn wir eine infiltration mit sharon machen und das was ich eben für diesen reaktor gesagt habe greift auch wieder hier wir können es umwandeln wir können an sport fragment nummer eins und zwei die entsprechenden splitter fahren so dass wir das ganze hier umwandeln können aber mit einer dreiprozentigen drop chance natürlich sehr gering eher nicht zu empfehlen wenn ihr aber nicht die möglichkeit habt irgendetwas anderes zu machen ist das natürlich auch eine option und damit sind wir durch das war es eigentlich auch schon zu den komponenten von luna wie eben schon einmal gesagt gehen wir einmal kurz meine module durch ajax ist komplett neu komplett frisch das wichtigste bei den modulen wenn ihr den sumpfläufer oder generell bosse auf schwer macht ist das leben push das leben so hoch es geht widerstände sind egal verteidigung ist egal alles andere ist egal solange ihr hier dicke lp habt und ajax komplett neuer char gerade mal stufe 15 hat schon 21.000 leben mit diesem lebenspool kann euch ein boss eigentlich nichts mehr anhaben das ganze funktioniert für so gut wie jeden schweren boss habt ihr einen dicken hp pool ist das alles kein problem außerdem solltet ihr eine waffe haben die mindestens 400.000 dps macht für die schweren bosse dann habt ihr dort auch keine probleme die wichtigsten module sind verstärkter drall wirkung und gegenwirkung und feuerrate steigern alles andere ist optional ihr könnt wenn ihr hier links diese drei module habt euch entscheiden geht ihr auf kritischen schaden oder geht ihr auf schwach stelle das hier ist jetzt ein belt für kritischen schaden deswegen habe ich hier auch die kritischen module drinnen wenn ihr auf schwachpunkt gehen möchtet hier müssten wir sie auch haben genau hier haben wir schwachpunkt könntet ihr auch auf diese module gehen irgendwo müsste glaube ich noch ein zweiter schwachpunkt sein das ist dann auch noch mal eine möglichkeit aber mit den drei modulen hier werdet ihr euren dps schon massiv aufwerten können pushen können und dann packt ihr hier noch mal zwei drei kritische module rein oder zwei drei schwachpunkte und dann solltet ihr genügend dps haben für die schweren bosse ihr müsst natürlich auch früher oder später modul sockel typen zuweisen oder die kapazität erhöhen dadurch dass ich die kapazität erhöht habe habe ich das hier auch bei einer ultimate waffe gemacht ist nicht die beste waffe bekommt aber jeder von uns und ihr seht 600.000 dps sind damit möglich die 600.000 sind auch ein bisschen geschummelt weil ich hier nachladezeit modifikator drin habe aber wenn ihr überlebt mit den beiden überlebensmodulen für euer nachfahren dann ist der schaden nicht ganz so wichtig wenn ich einen schweren boss nicht geschafft habe lag es bislang noch nicht ein einziges mal am schaden es lag immer daran dass zu viele leute verreckt sind und wir dann früher oder später diese drei tode die wir uns eigentlich nicht leisten können ja die haben wir uns geleistet und dann ist die aufgabe gescheitert in dem sinne ich bin jetzt durch das war mein weg wie ich an die module herangekommen bin zusätzlich mit den weiteren optionen auch wenn die drop chancen auf den ersten blick sehr sehr hoch sind dieses mal hatte ich überhaupt kein glück ich wünsche euch deutlich mehr glück beim farm wünsche euch auch viel spaß beim farm und schaltet luna frei